Wir stehen hier in Roßdorf am Blühstrafen von Stefan Lotte. Er macht bei unserem Blühstrafen-Projekt mit. Die Facelia kommt hier jetzt schon kräftig durch. Man sieht das an der lila Blüte. Es brummt und summt. Stefan, warum bist du hier mit dabei? Wir stehen dahinter. Wir machen es bunt. Wir machen alle satt. In diesem Fall wachsen auf der einen Seite Zuckerrüben. Wenn wir Glück haben, ernten wir da 15 Tonnen Zucker vom Hektar. Und auf der anderen Seite blüht die Facelia. Es brummt wie verrückt. Im Moment machen wir gerade die ganzen Hummeln satt. Ein cooles Projekt. Wir haben richtig Freude an dem, was hier so abläuft.